Herzlich willkommen bei einem neuen PC-Tipp-Video. Kennen Sie diese App? Bestimmt. Es ist die Farblein-App der SBB, der Schweizerischen Bundesbahn. Diese haben kürzlich ein Update ausgerollt. Das sieht alles komplett anders aus. Es gibt neue Funktionen, es gibt aber auch ein paar alte Funktionen, die in neue Menüs eingebettet wurden. Und zumindest mir sind schon zahlreiche Beschwerden zu Ordnung gekommen. Ich finde gar nichts mehr, ich kann gar nichts mehr. Und deshalb haben wir beschlossen, in diesem Video zeigen wir einfach die wichtigsten Neuerungen der SBB-App und wo diese zu finden sind und auch wo die alten wichtigen Features neu eingebaut wurden. Und los geht's. Und wir fangen gleich beim ersten Tipp an. Ihr seht hier die Startseite der App. Das ist der altbekannte Fahrplan, aber es hat sich einiges geändert. Es hat sich einiges in Sachen Icons geändert, es hat sich einiges in Sachen Design geändert. Und was man jetzt auch kann, wirklich nice, wenn ihr von verschiedenen Bahnhöfen in der Schweiz regelmäßig losfahren müsst, könnt ihr hier auf dieses Bleistift-Icon drücken und könnt hier Abfahrtstabellen hinzufügen. Ich habe hier schon die Ab-Zürich-Saalsport-Halle, wo mein Büro steht oder auch hier beispielsweise einfach Ab-Zürich-HB übernehmen. Und dann, wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr hier jederzeit einfach diese Abfahrtstabellen abrufen. Dann könnt ihr hier einfach nur swipen, hin und her, und dann seht ihr genau, mit welcher Linie, um welche Uhrzeit hier Züge in welche Richtung fahren. Eigentlich wie ein Oldschool-Abfahrtstabelle, Oldschool-Fahrplan, einfach virtuell stattgedruckt. Hier ein zweites, sehr, sehr nice Feature, das die SBB hier eingerichtet hat, ist Easy-Ride. Easy-Ride ist für Leute, die eher gelegentlich mal Office benutzen, ohne Abo, ohne irgendwelche Gears und Regionalverbundsabonnements oder Halbtags. Und da geht es darum, damit ihr nicht jedes Mal ein Ticket lösen müsst am Schalter oder in der App, könnt ihr hier einfach swipen, wenn ihr die Reise antretet. Dann wird euer Standort lokalisiert und die Reise beenden, wenn ihr aus dem Bus aussteigt. Und dann werdet ihr wieder lokalisiert und dann berechnet die SBB selber, was die Strecke gekostet hat. War das jetzt eine Kurzstrecke, war es eine Langstrecke, war es länger, war es kürzer, wie auch immer. Wir richten das jetzt gleich mal zusammen ein. Er klickt hier drauf, ihr klickt auf Weiter und nochmal auf Weiter und dann müsst ihr natürlich die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung lesen. Das mache ich jetzt nicht, normalerweise mache ich das immer. Und dann logischerweise muss man hier verschiedene Dinge freigeben, also den Standortzugriff, sonst funktioniert die ganze Geschichte nicht. Und das funktioniert jetzt, ich habe es jetzt hier auf dem iPhone, aber logischerweise funktioniert es auf Android App genau gleich. Ich erlaube das der SBB jetzt einfach immer, weil ich ihr vertraue. Und das Gleiche gilt natürlich auch hier und mit den Mitteilungen, damit die App auch euch mitteilen kann, wenn ihr mal vergessen habt, euch wieder auszuchecken. So, hör mal, du bewegst dich, du weißt, dass du immer noch dafür bezahlst. Checkt doch bitte aus. Und dann ist es eigentlich schon passiert. Und ihr seht hier nebendran, ich habe jetzt hier das kleine Twint-Logo. Ich habe das als Zahlungsmittel hinterlegt und ich habe hier schon Halbtags und ein ZVV-Abonnement, das ich besitze. Wie gesagt, ich zahle hier natürlich nichts dafür, wenn ich in Zürich umherflitze, aber das ist genau halt für Leute, die kein solches Abon haben. Dann drücken die hier auf Start, ziehen das nach rechts und ab dann beginnt es. Und dann wird halt das Mobiltelefon getrackt bis zur Station, wo ihr wieder aussteigt. Dann checkt ihr wieder aus und bekommt dann so gleich eine Rechnung präsentiert. Sehr, sehr praktisch. Und so spart ihr euch den Billettkauf. Nices Feature Nummer 3 ist jetzt nicht direkt neu. Man kann sich logischerweise schon länger beim Swiss Pass einloggen und da hat man denn seine ganzen Abos hinterlegt. Sodass man eigentlich den richtigen Swiss Pass gar nicht mehr mit sich führen muss, denn man kann das hier einfach einscannen lassen. Neu ist, dass das hier nativ in der App drin ist. Also ihr müsst euch nicht mehr dann extern irgendwie einloggen über SwissPass.ch, sondern ihr macht das einmalig und dann klickt ihr nur noch hier drauf und müsst nicht mehr 17 verschiedene Menüs abrufen. Und dann könnt ihr jederzeit sehen, was ihr Abos oder ob ihr schon irgendwelche Billetts dazu gekauft habt. Die werden hier angezeigt und könnt, wenn die Schaffner Brigade anrückt, könnt ihr uns direkt einfach nur so hinhalten. Dann wird das eingescannt und fertig ist die Laube. Ebenfalls ein sehr, sehr nice Feature, wie ich finde, ist da dieser fünfte Reiter. Das ist so der Shop und Services Reiter und ihr seht, hier habt ihr verschiedene Möglichkeiten, Tageskarten zu lösen. Also sei das ein Tageskarten wechseln, eine Tageskarte zum Halbtags oder möglicherweise auch Spartageskarten oder auch Tageskarten für mehrere Tage und so weiter. Wenn ihr jetzt also schon wisst, oh hey, nächsten Sonntag mache ich eine Tagesreise mit meinen Kindern oder mit wem auch immer. Und da wird viel Zug gefahren, weil wir fahren erst in die Romandie und dann noch ins Tessin und dann noch ins Graubünden. Dann könnt ihr hier schon mal gucken, gibt es womöglich für diesen Tag eine Spartageskarte. Wir sagen jetzt hier einfach mal, ja genau, Sonntag hier, den 23. übernehmen wir und da gibt es eine Spartageskarte für 54 Franken. Und natürlich, dann ist es ja auch egal, wo genau der Ausgangsbahnhof ist, weil es gilt ja für die ganze Schweiz. Und dann könnt ihr hier gleich, wenn ihr ein Zahlungsmittel hinterlegt habt, auf diesen roten Button drücken und schon fahrt ihr den ganzen Tag kostenlos. Also natürlich nicht kostenlos, aber ohne zusätzliche Fahrkarte. Gleiches gilt natürlich dann für den Tagesklassenwechsel. Also wenn ihr jetzt beispielsweise sagt, ja ich habe jetzt eine bestimmte Strecke und ich habe bereits ein Gehrer oder ich habe bereits eine Spartageskarte, ich würde das aber gerne für die erste Klasse haben, dann könnt ihr hier für einen Klassenwechsel extra lösen und genießt dann den Luxus der ersten Klasse. Auch ein sehr nices Feature, wie ich finde, ist diese Karte. Ihr seht hier auch, das ist im Fahrplan, im Fahrplanreiter drin. Klickt ihr einfach auf Karte oder vielmehr tippt ihr auf Karte und das ist ein bisschen Google Maps mäßig aufgemacht. Das hat auch die SBB sehr viel Arbeit investiert, um das nochmal attraktiver zu machen. Wenn ihr jetzt beispielsweise wisst, ihr müsst an die, sagen wir mal, Schloss Matt, Matt, kriege ich es hin, Straße. Nein, ich kriege es nicht hin, sorry dafür. Dann schlägt euch dann die SBB beispielsweise vor, welche Schloss Mattstraße meinst du denn? Die in Burgdorf oder die in Rücksau-Schachen oder die in Thun oder in Niederhöchstchen, wo auch immer. Und ihr sagt, ach ja, das ist Burgdorf. Dann könnt ihr hier draufdrücken und dann könnt ihr hier genau eruieren, welche Station muss ich denn raus. Also die SBB stellt euch dann mit dem Ausgangsbahnhof, den ihr halt eingestellt habt, in meinem Fall die Saalsporthalle, stellt euch dann genau das richtige Ticket zusammen und ihr seht, das Ganze endet dann an einer Busstation namens Burgdorf-Schloss Matt. Wusste ihr vielleicht nicht, dass es die gibt, aber die gibt es. Und so findet ihr dann auch genau raus, welches die nächste Busstation ist von dem Ort, wo ihr dann tatsächlich hin müsst. Ziemlich praktisch, wie ich finde. Das waren unsere Tipps zur komplett überarbeitenden SBB-App. Ich hoffe, sie bereitet euch zukünftig wieder mehr Freude. Wenn ihr das Video nützlich gefunden habt, gebt uns einen Daumen hoch und klickt da auf dieses kreisrunde blaue Ding in der Mitte des Videos. Das ist unser Abo-Button. Kostet nichts, bringt uns sehr viel. Vielen Dank fürs Zugucken und bis nächsten Mittwoch. Tschüss. 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 Vielen Dank.